Einen vierten Elgemöti, Gruß von mir, eurem Marc. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserem Kanal Elgemöti. Und ja, diesmal gibt es ein Spiel bei uns, was wir bisher noch nicht gespielt haben und zwar Paragon. Wer Paragon nicht kennt, ist es ein Third-Person-Moba, soweit ich weiß. Ich weiß noch nicht viel über das Spiel, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das spielen werde und wollte euch da mit reinnehmen, so als erstes einen Einblick. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das zusammen an. So, eigenes Team, dein Team wird immer hier erscheinen. Ne, finde ich nicht, ne, sehe ich nicht. Behaltet diese Einträge im Blick, um zu sehen, welche Helden, welche Rolle und welche Position deine Teamkollegen gern spielen möchten. Nur ein Spieler eines Teams kann einem bestimmten Zugreihen folgen. Während des Drafts wählen die Teams abwechselnd. In manchen Zügen können zwei Spieler des selben Teams gemeinsam auswählen. Sobald alle Spieler einen Helden ausgewählt haben, startet das Spiel. Okay, man wählt also nicht einfach so random aus, wie man gerade lustig ist, sondern das ist vorgegeben. Hier wird die Zeit angezeigt, die für einen Zug noch übrig ist. Also wahrscheinlich mal für die Auswahl eines Helden dann, ne. Okay. Gegnerisches Team. Ja, das ist das Gegnerische Team. Nur Helden, die bereits ausgewählt worden sind, fühlt sich sichtbar. Also das heißt, man kann sich darauf einstellen, was die anderen nehmen. Okay. Bevorzugte Rolle. Eins über einen beliebigen Element. Und mit deinem Team einen Schnellschutz. Okay, so. Jede Rolle, Assassine, Kämpfer, Magier, Schütze, Hilfe und Tank. Alles klar. Bevorzugte Position. Ja. Achso, what? Achso, okay. Hier kann man dann auch, wo man hingehen will. Ah, okay. Zugstatus. In diesem Bereich wird angezeigt, wann du beim Draft am Zug bist. Wenn du dran bist, erscheint hier die Schaltfläche auswählen. Denk dran, dass du deinen Helden... ...mindest einem verfügbaren Helden markiert haben musst, bevor die Zeit abläuft. Ansonsten erhältst du eine Strafe. Lock. Tutorial zur Wiederholung. Du kannst das Zwarf-Tutorial von jetzt an zu jeder Zeit während des Zwarfs aufrufen, wenn du Solo gegen KI spielst. Ah, brauche ich aber nicht. Alter, man hat ja auch voll wenig Zeit. Leck mich am Arsch. Ich weiß doch gar nicht, was das für einer ist. Magier. Achso, ich habe sogar noch mehr Zeit. Ah. Aber in Mowas, zum Beispiel in Smite, bin ich eigentlich eher ein Schütze. Ich nehme mal hin hier. Zug abgeschlossen. Jetzt werden die Bots hier. Was mache ich denn? Ja, hier ist Schütze natürlich. Wo ich hingehe, habe ich doch noch gar keine Ahnung. Ich gehe dahin, wo mir langweilig ist. Ah. R2. Angriff. Okay. Weitergehen mit R1. Murdoch. Verursacht 20 Energieschaden. Und versetzt alle Feinde, die sich in Reichweite befinden. Und fällt... Achso. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Versetzt sie in Angst und Schrecken oder so ein Scheiß. Achso. Okay. Was machen wir denn? Bernstein sammeln. Töte feindliche Untertanen und nutze Sammler, um mehr Karten... Wachstum der Macht. Schalte die Fähigkeiten deines Helden frei und werte sie auf, wenn du im Level aussteigst. Vorrücken zum Sieg. Zerstöte feindliche Türme und Inhibitoren, um ihren Kern freizulegen. Ah, okay. Ein bekannter Spielmodus aus... Ich denke mal, jeden MOBA. Ich bin jetzt nicht so der MOBA-Freak, aber... Den Modus gibt es zum Beispiel in Dolben. In Smile findet man den auch. So. Ja, und links seht ihr gerade. Da steht Early Access in der Entwicklung. Zum Aufwerten, L2 drücken. Äh, es ist... Ähm... Okay, ich hab jetzt den Schrotschuss ausgeholt. Ähm... 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 Ich hab keine Ahnung, was ich gerade mache. Äh... Okay, ist das hier jetzt sowas wie... Ähm... Shop... Sammars Schlüssel, die Aufladung will in der Basis wieder auffüllen. Sammars Schlüssel, die Aufladung will in der Basis wieder auffüllen. Sammars Schlüssel, die Aufladung will in der Basis wieder auffüllen. Okay. Oh, Angriffsgeschwindigkeit wird also verbessert. Kartmacht. Dies ist die Gesamtmenge der Kartmacht, die du für Karten ausgeben kannst. Also, wahrscheinlich die Währung dann. Bedient man sich durch Kills, Unterstützung, das Sammeln von Kugeln und durchs Interagieren mit Sammlern. Dann ist du bei einem Feind einen tödlichen Treffer der Hitzeweite. Kartenplätze. Passive Karten kannst du an allen Plätzen verwenden. Okay. Werte eine ausgerüstete Karte auf, indem du die um Platz auswählst und du die Kürze verwendest. Erstelle Leitfaden. Bewege den Zeiger über den Leit... Erstelle Leitfaden, um Vorschläge zu sehen, welche Karte du ausrüsten sollst. Okay. Ach, es gibt also das hier, ist das übergeordnete Ding und dann gibt es... Nee, gar nicht wahr. Ich dachte, hier sind dann die einzelnen Punkte von hinten. Okay. Ähm... Aktivierung wird vorübergehend Leben regenerieren. Mana regenerieren. Aber ich nehme mal erstmal das und das kann ich denn jetzt... Achso, ich habe... Achso, weil ich das jetzt schon gekauft habe. Okay, dann wollen wir mal los. Okay, das Spiel läuft schon seit 3 Minuten 30. Okay. Ich höre schon auf zu steuern und da rennt trotzdem noch ein bisschen weiter. Okay. Das ist jetzt mein Schrotgewöhl. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein. Ach, ich bin gerade voll im Ego-Shooter-Trennen. Ich wollte gerade nachlachen. Ich wollte gerade mit Viereck Nachladung und mit Dreieck die Waffe wechseln. Also, man sieht schon oben rechts, es gibt eine Map und die ist nicht klein. Kann ich irgendwie auch ranzoomen? Nee, kann ich nicht. Die MOBA-Leute unter euch denken sich wahrscheinlich gerade so... Alter. So. Alter, in die Map muss man auch erstmal rein. Komm. Okay, da ist so ein Streu-Schuss. Oh, wer sind sie denn? Oh, das ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich da drin stehe. Oh. Oh. Alter, schmeißt er sich da vor. Ich glaub's nicht. Aua. So, Fähigkeiten. Darf ich schon... Ich guck mal. Äh, maximal Bewegungsgeschwindigkeit. Ich hole mal Kreis. Mal gucken, was ich damit so machen kann. Au. Ich seh gerade, ich hab nicht mehr viel Leben. Aua. Ist das jetzt ne Miene von mir, oder? Oh, ich krieg den mal wieder. Alter, Level-Aufstieg. Jawoll. Hab zwar noch keinen Kill gemacht, aber... Sag mal hier, die ganze Zeit irgendwelche Kugelchen auch. Aua. Ich kenne mich an, wie sie sind. Ja. Machen wir jetzt mal ein bisschen rauf. Ziehen wir uns mal zurück. Oh. Shit. Scherben stärkt das gegnerische... Großen Mengen an Erfahrung bekommen und alles. Ja, das ist mir jetzt klar. So. Lebensregeneration mach ich mal auf links. Mana-Regeneration. Okay, brauche ich eigentlich gerade nicht. Mit deiner Chance, ein Feind mit einem kritischen Treffer. Ja, das kann man auch immer mehr machen. Das muss auf L3. Ich habe jetzt zwei von neun. Am Anfang konnte ich ja nur drei Karten Macht haben. Also das steigt dann wohl auch wahrscheinlich mit einem Level dann. Boah, Schluck auf. Was ist das? Wer dieses Schutztote platziert, werden Feinde in dessen Nähe für dich und deine Verbindungen auf der Mini-Karte angezeigt. Ah, okay. Und hier haben wir nicht rückgängig, sondern dreieckig. Rückgängig. Oder man nimmt nur Drill, dann hast du drückgängig. So. Ah, ich kann aufwerten. Alles klar. Verursacht Energieschaden und versetzt alle Feinde, die sich in Reichweite befinden. Ja, da hole ich mir mal R1. Dann habe ich das nämlich auch. Team. Red Rampage ausgerüstet. Schutztote des Fürsten. Okay. Aber wie sind denn die alle hier, ne? Wir erkunden jetzt mal ein bisschen die Map. Also es sieht schon nicht schlecht aus. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich so ein Kämpfer. Alter, das ist voll der Ritter hier. Oder soll mal einer sagen, es gibt keinen Ritter mehr. Ey! Leute! Okay, ich glaube, das wird nichts. Hier, äh, oh, da haben wir jemanden. Was haben wir hier denn? Du hast... Was? Du hast das Schattenreich betreten. Das macht dich unsichtbar, aber schutz... Ah, okay. Wie lange bin ich denn unsichtbar? Okay, solange ich da drin... Oh, ich habe zu wenig Mana. Warte mal, ich habe doch... Hey, hatte ich nicht ausgerüstet, ne? Oder? Ne. Ich habe nur Lebensregeneration. Jawohl, Level auf die... Tödliche Treffer bei Untertan. Belohnen dich mit noch mehr Karten. So, dann gehen wir mal auf den Tower hier. Gehen wir uns mal zurück. Aua! Dann, wenn man keine Minions mit drin hat, dann gehen die Tower auf ein. So, Fokus und so, okay. Oder wollen wir ja nicht. Kann ich den auch mit... Achso, Mana ist hier nicht drin. Ja, gut. Aua! Aber ich dachte, ich fand der visiert nicht an. So, raus hier. Vielleicht will mal eine Mine hin. Okay. Dauert das einfach, bis die scharf ist? Oder funktioniert die beiden nicht? Muss ich mal später nochmal aussetzen. Ach ja, stimmt. Wenn man einen Spieler angreift, dann wird man sofort vonreden. So, Fokus. Aua! Ich habe mal hier jetzt... ...den Streuschuss verbessert. Alter, ich kann direkt nochmal aufwerten. Läuft! ...verheerende Explosion. Racerschuss mit unbegrenzter Reichweite, der Energierüstung ignoriert. Zwei Runden. Jawohl! Ach, das ist wahrscheinlich die Ulti, wa? Alles klar. Aua! Ich habe aber keinen Mana, um das einzusetzen. Fuck! Nein! Ich habe überhaupt nicht noch verlieben gehabt. Okay, das war's. Die kommt schon ganz gut wieder. Kann ich mir ja erst, aber kaufen hier eventuell. Erhöht deine Chance, ein Feind mit einem britischen Treffer. Ah, nee, das habe ich ja schon. Erhöht den bei Feindverursachen Energie Schaden und die Schussrate dann. Ah, Schussrate! Alles klar, nice. Das will ich haben. So, jetzt haben wir noch fünf. Erhöht den bei Feindverursachen, nach den drei Auffällungen zugeführt worden. Erhöht den bei kritischen Trefferursachen Schaden dramatisch. Okay. Erhöht den Kampflänger durchhält. Und mehr Schaden. Ja, ich denke, das kann man mal machen. So. Watt, Mega-Streak, Alter, wer räumt denn von meinem Bot so auf? Ach, ich habe auch, äh, Mission sehe ich gerade oben links. Zerstöre einen, ey! Ach, nee, das ist einer von mir. Den Gegnerischen Turm, Gegnerischen Inevitor und den feindlichen Kern. Ja, okay, das passiert ja eh alles, erlaubte Spiels, ne? Hilf, hilf, hilf. So, wir gucken jetzt mal, was unsere Ulti kann. Alles klar, sie kann nicht treffen. Sieht aber gut aus. Natürlich scheiße, weil dieser Gegner da so viel bewegt. Alter, was war das denn? Ist das ein Engel oder ein Schild, glaube ich. Wo wollen sie denn hin? Wir hören für einen Moment, God, Lord Jesus Christ. Das ist mein Kill. Der hat mir mein Kill gesteilt. Der Bot hat mir mein Kill gesteilt. Schon wieder. Ich wegte ja wohl nicht mehr. Ja, immer noch. So, ich habe da erstmal eine Minimum gelegt. Aber irgendwie löst sie nicht aus. Ist sie dann auch nicht reingerannt, der da hinten? Geh mal rückwärts. Ja, ja. Okay. Ich habe jetzt noch nicht ganz gecheckt, was das jetzt gepackt hat, aber... Das werde ich ja irgendwann noch. Aua! Ich lade nochmal die Clear Egg auf. Aber mein Commander ist nicht weg. Hey, hey, mach ihn weg! Mach ihn weg! Jawohl! Erster Kill. Au! Oh, das ist ein Gegner. Könnte hier Hilfe brauchen. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, Alter, ich habe noch LVP. Kann man sich auch irgendwie zurückrufen lassen? Irgendwie... Ich will... Also, wenn ich schnell wieder in die Base will... Ne, jetzt habe ich meine Lebensregeneration gemacht. Geht das überhaupt? Ah, mit L1 kann ich hier... Äh, aber... Kann ich... Kann ich nicht? Kann ich denn zurück? Gehe ich jetzt zurück, oder was passiert hier gerade? Ah, alles klar. Also, den rechten Stick reindrücken. So, jetzt hole ich mir mal hier... Äh, das ist das doch, ne? Ja, Mana. So. Jetzt habe ich noch vier Punkte. Und ich weiß, man kann gewisse Karten irgendwie aufleveln. Ah, so, jetzt... Erhöht die Schussrate, deine Standardsangriff. Zwei. Ja. Und erhöht die Schussrate nochmal. Warte mal, warum habe ich jetzt wieder drei? Ach so, wahrscheinlich habe ich gerade was dazu gekriegt. So. Die habe ich jetzt voll aufgewässert, die Karte. Jetzt kann es weitergehen. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier links rum jetzt. Alter, das Mensch geht schon 17 Minuten. What the fuck? Das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Ja, die Falle... Ja, komm. Wenn ich eh aufwässern kann. Ach so, okay. Das ist unser... Ey, wen haben wir denn da? Ich glaube, die sollen wir mal los haben. Hallo? Alter, was war das denn? Shit, oder was? Machen wir hier die Minions gerade weg? Ja, das gefällt mir doch, wenn ich schneller schießen kann. Jawohl. Alter! Was ist das denn jetzt? Ja, das tut er immer. Ja, nice. Ich kann Schrotstoß nochmal aufwässern. Den mag ich am liebsten bis jetzt. Für die Fähigkeit. Ah! Von der Lebensanzeige des Turms wäre doch angezeigt, wie viele Minions man hat. Das ist natürlich gut zu wissen. Jawohl, äh. Meine Bots rasieren ein bisschen. Kann ich irgendwie... Wie kann ich... Stuts anzeigen lassen, oder sowas? Geht das? Also, meine Satz sehe ich oben links. Ich weiß zwar noch nicht, was das alles bedeutet, aber... Ich denke mal, das erste killst. Das zweite sind Minions. Äh, äh, Tode. Okay, dann ist das letzte Minions. Wie viele Minions ich gekillt habe. Aber das davor habe ich keine Ahnung. Ja, der kriegt... Aua! Fuck, ich habe kein Mana. Doch, ich habe genügend Mana. Bom! Alter, der hat gesessen. So, ich mache mal gerade hier... Mana, Regeneration und Lebensregeneration. Now! Ja! Jawoll! So! Ja, ich bin wieder offen gewesen. Mache ich dann mal meine Fulti, ich denke das macht Sinn, ich bin ja eh Schütze und kein Magier, also ich mach eigentlich mehr mit meinen Standardangriffen als mit den ähm Also mit den Fähigkeiten, so jetzt habe ich es gefunden Na wir kommen ja eigentlich ganz gut durch Oh Ah, ah, okay das sieht aus, wenn du will gehst Oh, man hat gerade umgedreht und du kriegst jetzt einen geilen Strohschutz ab Massenabgang Nein, nicht auf mich schießen So, ich mach nochmal Lebens- und Mana-Regeneration an gerade Kann ich auch noch aufbessern Oh Ja, fährt mal rein Ne, lege ich hier hinten nämlich mit Miene drin Falls da einer ankommen will Äh, los Jawohl, hat doch gereicht Ey, geh weg mit deinem Schweren Alter, der hat aber hart kassiert gerade Boah, ich glaube der hat mir hart den Arsch gerettet gerade Aua Nice So, ich schau nochmal in den Ulti raus Boom Alter Boah, hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho die Kunden so kann ich jetzt nämlich noch Karten verbessern ich hab 15 das kostet ja auch nur 2 das kostet 3 er wird eine Chance ein mit kritischen Treffer schritt zu verletzen ah ja das machen wir doch das können wir auch und das können wir sogar auch noch kann man die auch? ne kann man leider nicht so die anderen Karten kann ich leider nicht aufbessern oder warte mal doch das kann die noch aufbessern Hütte bei Falten verursacht eine Energieschale alles klar so links sind wir ja eigentlich schon so gut wie durch dann denke ich mal damit das hier auch bald ein Ende findet jetzt mal weiter wir haben auch schon oben die Anzeige von dem Kern da ist bei 100% noch aber da kann ich sagen das wird sich gleich ändern denn den werden wir jetzt zerstören Karten an der Welle Minions vorbeigerannt eine ist noch vor uns und eine ist schon da und ist auch ein äh bot von mir da ich sehe gerade auf der rechten Lane haben wir einen Gegner aber leider keinen von uns aber aber der muss erstmal die beiden Türme zerstören da bevor er zum Kern kommt so alter was ist das denn für eine Druckwelle ah ah ok wenn wenn man den Kern angreift dann schickt er so ähm Druckwellen aus die Schadensbefüge das fand ich sonderlich viel aber sie sind scheiße ich geh einfach mal auf den Kern jetzt nur hier hier Miene fängt das was wenn ich da mit der Ulti raufgehe oh shit wir werden gerade hart rasiert so joh dich nehme ich noch mit Nein, 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 nein. Ränder doch rein, du Wichser. Lol. Easy Shot. Aus der Drehung weggeballert den Sack. Komm doch mal her. Boah, ich hab echt nicht viel Leben. Gott sei Dank habe ich hier Lebensverbesserung geholt, weil sonst wäre ich schon längst tot. Boah, du hast aber Hardcast-Ener-Geele. Bam! Aua, das ist uncool. Ich hab doch nicht so viel Leben. So, okay, ich muss jetzt mal zurück. Ah, erstmal noch. So. Einmal zurück. Dann kann ich mir auch nochmal die letzten Upgrade zogen. Ich hab sieben Punkte nämlich. So, so, so. Oh, okay, der gegnerische Korb, der ist low. Und unser rechter Turm wurde gerade zerstört. Aber wenn wir weiter den Kern pushen, dann ist das scheißegal, was sie da rechts machen. Aber lass mich das bitte noch miterleben. Oh, ich kann schon wieder aufwerten, ey. Was ist denn nur los? Zack. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Wartet auf mich. Oh, hier ist noch ein Turm. Ja, dann machen wir den auch nochmal schnell weg. Gib schön den Tee und so. Alter, jetzt hau ich aber auf der Miststraße gerade. Alter, 226 ist schon nicht schlecht. So, wir scheißen jetzt mal auf die da links. Und können wir einfach mal den Kern hier jetzt. Ach, 6, 4, 2 und kaputt. Bam, Alter. Gib ich ihm noch 184 hin. Alter, das sieht ja sogar nice aus. Acht Siegerposen gibt's also auch. Na, und das waren wir da rechts. Der, 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 der verrückte. Oh, wo sehen wir hin? So, das hier ist unser Team. Das ist das Gegner Team. Und da habe ich mir das jetzt. Das, 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 das. Er hat 19 Kids gemacht. Oh, oh, oh. 19 Kids. Ich hab 8. Die haben 3, 2 und sonst 0. Ah, ja, diese KD 0,20. Damit kann man nochmal was anfangen. Was 4,4 K? Globale Karten, ne, die Gesamme, ach so, okay. Ja, und hier sieht man halt, was ich mir so gekauft habe alles. Oh, jetzt. Kommt da noch irgendwas? Wenn nicht, dann würde ich das Video nämlich hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Und, ähm, ja, also, erstmal von mir natürlich, was ich zu dem Spiel halte. Ich finde das ganz ordentlich. Also, ähm, es ist jetzt momentan kostenlos im Playstation Store bis zum 2. August. Man braucht nämlich, ähm, so. Dafür, damit man das spielen kann. Und, äh, das kostet 20 Euro. Das ist jetzt kostenlos im Angebot. Ähm. Ja, ich hatte schon vorher überlegt, mir das zu holen. Aber, bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen. Wäre aber demnächst hätte ich das denn gemacht, vielleicht. Aber jetzt ist es kostenlos. Und ich würde mal sagen, das Warten hat sich gelohnt. Ich habe es kostenlos gekriegt und ich finde, es macht schon Spaß. Und wenn man das denn noch mit anderen spielt, denke ich, wird es ein guter Titel werden. Und, ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Was ihr allgemein von MOBAs haltet. Ob ihr davon mehr sehen wollt. Und, äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.